Die Top 3 meiner Angstmomente in Videospielen. Man könnte ja meinen, ich hätte nichts zu erzählen, weil ich ja keine Horrorspiele spiele, wie ihr vielleicht wisst, und deshalb eigentlich nie was Gruseliges erlebe. Das stimmt aber nicht, denn in einzelnen, normalen Fällen, in anderen Spielen gibt es ja auch gruselige Szenen, sollte man meinen. Und Platz 3, ich habe mir ehrlich gesagt keine Gedanken über die Plätze gemacht, aber ich muss schon sagen, ich könnte einen Moment aus Bioshock nennen, aus dem allerersten Bioshock. Da haben mir nämlich die Leute immer gesagt, ja du musst das spielen, das ist super gut, mach das, spiel das, das ist auch überhaupt nicht schlimm und gar nichts, ist nur ein bisschen unter Wasser und da laufen ja so komische Leute rum, aber kümmer dich nicht drum. Ich so, okay, mach ich, habe ich das gespielt. Und das allererste, was einem da entgegenkommt, wenn man runter nach Rapture fährt, ist so ein, ich glaube, die ist ein Splicer oder Slicer mit so zwei Klingen, der gerade jemanden umbringt, einfach vor meiner Nase. Das war schon mal der Moment, wo ich dachte, ihr Idioten, ihr habt gesagt, es wird nicht schlimm und gruselig. Und zweitens habe ich mich einfach furchtbar erschrocken, weil sobald man ankommt, geht es los und ich denke mir so, alter nein, es ist ein Horrorspiel, was tut ihr mit mir? Von daher, ab da wird es tatsächlich ein bisschen einfacher, also es ist nicht mehr ganz so schlimm, es wird auch nicht ganz so gruselig, aber da habe ich mich echt am Anfang ein bisschen verarscht gefühlt von den Leuten, naja. Platz drei meiner größten Angstmomente sind die fetten Taranteln in Resident Evil 1, kennen wir alle aus dem originalen Resident Evil und den Remakes. Resident Evil war ja generell für mich immer schon super gruselig, ich fand das Herrenhaus ist für mich immer noch die Top 1 Cruise Location, aber die Taranteln, die hat man in so einem Gartenhütchen getroffen. Man ist ja dann irgendwann aus dem Herrenhaus rausgekommen und in dieses Gartenhütchen rein, das war für mich noch mal gruseliger als das Herrenhaus und dann gehst du da um die Ecke und siehst das erste Mal so eine super fette Tarantel, so groß wie ein Elefant und ich bin eh so arachnophob und habe überhaupt keinen Bock auf Spinnen und dann noch mal so ein Ding in Jeep Größe, die an der Wand sitzt und sich auch noch relativ flink bewegt, das war für mich somit der ekelhafteste Moment in Resident Evil 1, wo ich überhaupt keinen Bock hatte. Einmal erlebt, dass da so ein Vieh drin wartet oder generell in diesem Hütchen, in diesem Gartenhaus so viele fette Spinnen unterwegs sind und habe mir gedacht, da willst du nie wieder rein. Ich hasse Spinnen wie die Pest und da waren einfach mal 5000 Prozent Spinnen, alles voll. Ist auch so, wenn ich im Auto sitze oder so und da hat sich mal eine Spinne von der Sonnenblende runtergelassen, ich hätte fast einen Unfall gebaut. Ich glaube, manche kennen das vielleicht. Spinnen sind einfach die Pest am Arsch und deswegen die Spinnen in Resident Evil 1, mein Platz 3. Jetzt werden wieder alle lachen, ich muss aber zugeben, ich fand damals das erste Slender, das fand ich wirklich, wirklich unfassbar unheimlich. Da gibt es ja mittlerweile auch den aktuellen Teil, Slender The Arrival, kann man sich auch runterladen, der schafft es nicht mehr so ganz die Faszination des ersten Slenders wieder aufrechtzuerhalten. Aber ich muss sagen, als ich damals dieses Spiel zum ersten Mal gespielt habe, ich hätte es nicht gedacht, dass mir ein Horrorspiel, oder eigentlich ist es ja nur ein Gruselspiel, es ist ja noch nicht mal Horror, es ist ja eigentlich fast nur ein Gruselspiel, aber dass mich das so bis ins Mark erschüttert. Man läuft wirklich alleine durch diesen dunklen, dunklen Wald, man hat nichts anderes zu tun, als acht Seiten einzusammeln und irgendwann realisiert man, dass man von dieser Gestalt verfolgt wird, von dem Slenderman. Der tut einem eigentlich nichts, er springt einem nicht unbedingt die ganze Zeit ins Gesicht, man kann in dem Sinne nicht verletzt werden, aber mit jeder Seite, die man einsammelt, merkt man, dass der Slenderman einem immer näher kommt. Man muss sich wirklich vorstellen, dieser Wald ist dunkel, man hat nur eine kleine Taschenlampe, man sieht keine drei Meter weit vor sich. Nach der zweiten, dritten Seite, die man eingesammelt hat, wird der Soundweg auch zu so einem bedrohlichen Bumm, Bumm, die ganze Zeit. Alter Schwede, wirklich, ich saß, ich saß echt schockstark, saß ich so vor dem Rechner und hab das gespielt und ich hätte es wirklich nicht geglaubt, dass es ein Spiel schafft, mich wirklich so zu verunsichern, dass ich mich nicht mehr getraut habe, mit meiner Figur irgendwann um die Ecke zu gehen, aus panischer Angst, dass dieser verdammte Slenderman da steht und mir dann quasi so ins Gesicht springt und dann ist das Spiel endgültig aus. Mein Platz zwei würde ich vergeben an eine Szene aus Heavy Rain, was ja jetzt per se auch kein grusiges Spiel ist, aber ich finde, die Entscheidungen, die man da treffen muss, wenn man Ethan Mars spielt, das ist ja der Typ, dessen Sohn verschwindet, und der kriegt ja dann vom Origami-Killer so Anweisungen, was er tun muss, damit sein Sohn freikommt, und eine Anweisung davon ist, er muss sich den kleinen Finger abhacken mit so einem Ball, er kommt in so eine Wohnung, die völlig versifft und verdreckt ist, da steht ein Tisch und vor ihm so ein Tablet mit einem Timer, und ich glaube, der ist fünf Minuten gestellt, und in diesen fünf Minuten soll er vor laufender Kamera als Beweis zu der Liebe seines Sohnes, muss er sich den Finger abhacken. Und ich hatte wirklich Angst in dem Moment, weil ich mir selber die Fragen gestellt habe, okay, was würdest du tun? Was würdest du tun und würdest du dir jetzt live wirklich das Messer nehmen? Und die Auswahloption hat auch so gezittert, weil das natürlich eine schwere Aufgabe und eine schwere Entscheidung ist, und ich saß da echt aus, ich würde sterben, wenn ich das machen müsste. Von daher, ich hatte wirklich Angst, ich hatte Angst, meinen Trigger zu bewegen und dieses Messer in die Hand zu nehmen, und es war auch wirklich, ich hab's ja dann gemacht, logischerweise, ich will ja auch weiterkommen, aber es war unfassbar ekelhaft. Und es war ganz, ganz schlimm. Platz zwei der Szenen, wo ich am meisten Angst hatte, ist aus Dead Space 1, da gab es einen Gegner, der konnte sich immer regenerieren. Wer es gespielt hat, weiß, dass die meisten Gegner, die konnte man ja ausschalten, nur der nicht. Den hat man die Arme und Beine abgeschossen, dann ist der irgendwie wie ein nasser Sack runtergefallen, hat sich am Boden gewunden und gezuckt und irgendwann sind neue Gliedmaßen aus dem rausgesprochen und Sprossen und es wieder, hat sich wieder auf die Jagd nach dir gemacht. Und das ist so ein Ding, wo du genau weißt, so ich, was auch immer ich jetzt versuche gegen den auszurichten, der kommt immer wieder. Und das ist einfach so ein typischer Nemesis, den kriegst du nicht los. Und da gab es halt eine Szene, da wusstest du genau, okay, hier in diesem Raum wird jetzt dieser Regenerator, so wurde der genannt, wird jetzt wieder auftauchen. Und um dem zu entkommen, musstest du mit deiner Chinese-Fähigkeit so schiebbare Schränke immer zur Seite ziehen und quasi fast schon so ein Labyrinth eröffnen aus diesen Schränken. Das heißt, du musstest die Schränke wegziehen und dann wieder zuziehen und dann den weg und da. Und du wusstest ganz genau, der Typ ist mir auf den Fersen. Das ist ein ganz ekelhafter Horror, weil du weißt, so mit Geduld und gutem Zielen und Angriffen kannst du dem nicht entkommen. Widerliche Szene habe ich, habe ich mich immer vorgescheut, die zu spielen, als ich es auch mehrmals durchgespielt hatte. Und deswegen ist das mein Platz zwei der gruseligsten Momente. Ich hasse den Typen, ey. Generell Gegner, die immer wieder kommen. Ich habe mal so ein bisschen in meinem Gedächtnis gekramt und bin in mich gegangen. Und ich muss sagen, Platz zwei meiner schlimmsten Angstmomente war in Dark Souls und zwar, Achtung, der Kampf gegen die Four Kings. Das war für mich ein ganz, ganz unangenehmer Moment. Also ihr habt ja alle Dark Souls gespielt. Ihr wisst, man fühlt sich ohnehin sehr, sehr angespannt bei Dark Souls. Man ist nie wirklich wie locker und entspannt, gerade wenn es um einen Bosskampf geht. Man hat ja irgendwie immer Angst um sein Leben. Aber bei den Four Kings war es irgendwie nochmal was anderes. Man ist ja ewig lang in so eine Schwärze gestürzt und war dann wirklich so im Nichts. Also es hieß ja The Abyss, die Runde, und es war wirklich einfach nur schwarz. Man ist vor einer völlig schwarzen Fläche rumgelaufen. Man hatte keine Orientierung, wo ist oben, wo ist unten. Man hat den Boden nicht gesehen. Es war einfach alles nachts schwarz um einen rum. Und dann sah man so von hinten aus dem Dunkel so eine Gestalt auf ein Zu schweben, langsam, zu einer sehr, sehr düsteren und für mich echt panikinduzierenden Musik. Also das war so ein Bossfight, bei dem habe ich mich körperlich wirklich unwohl gefühlt. Da kam dieses Panikelement, was man halt wie gesagt immer bei Dark Souls und bei Bosskämpfen sowieso hat. Dazu war aber noch dieses Gefühl der Desorientierung, der Isolation. Ich wusste nicht richtig, wo ich bin, ob ich jetzt gerade irgendwie was falsch mache. Also das ist für mich immer, wenn Horror am stärksten ist. Für mich bedeutet guter Horror, dass die Regeln, die man kennt, dass die irgendwann nicht mehr gelten. Man muss sich auf einmal in einer neuen Welt zurechtfinden. Auf einmal ist das ganze Wissen, mit dem man so durchs Leben geht, gilt nicht mehr. Es gelten neue Regeln. Das ist für mich wirklich Horror. Diese völlige Orientierungslosigkeit, diese Desorientierung. Und die wurde halt auch wirklich visuell beim Kampf gegen die Four Kings in Dark Souls dargestellt. Also selbst der verdammte Soundtrack. Ich liebe den Dark Souls-Soundtrack. Aber das Thema von den Four Kings, ich kann es echt nur so unter Schmerzen hören. Also am liebsten skippe ich das weg. Ich finde, das geht mir irgendwie. Irgendwas ist da. Das frisst sich bei mir so in die Knochen. Ich denke da sehr, sehr ungern dran. Vielleicht ist, weiß nicht, weil dieser Kampf gegen die Four Kings war so ein bisschen diese existenzielle Lebensangst, die man irgendwie manchmal hat. Man ist halt wirklich von Dunkelheit, von Schwärze umgeben. Man kämpft gegen einen übermächtigen Gegner, der sogar wieder und wieder und wieder kommt. Das sind ja eben Four Kings. Man besiegt nicht nur einen, man besiegt vier davon. Also dieser Kampf scheint eigentlich gar kein Ende zu nehmen. Man vergießt jede Menge Blut, Schweiß und Tränen und kämpft wirklich mit allem, was man hat. Und irgendwann, irgendwann, mit ganz viel Glück kommt man irgendwie heil aus der Nummer raus und möchte das nie wieder erleben. Das ist, vielleicht ist Dark Souls echt so ein Mikrokosmos von den Kämpfen, die man mal so im Leben, ähm, im Leben schlagen muss. Am meisten Angst gemacht und ich wette, ihr lacht mich alle aus deswegen, ähm, ist ein komplettes Spiel, was ich abbrechen musste nach ein paar Minuten, weil ich es nicht weiterspielen konnte. Und das war Limbo. Limbo an sich vermittelt eine Stimmung, die so unfassbar mysteriös und düster ist, ähm, dass ich das einfach nicht ausgehalten habe. Und direkt, direkt in der ersten, äh, in den ersten Minuten verfolgt einen ja schon diese ekelhafte Spinne mit diesen ewig langen Beinen. Und auch der Junge, der ist ja einfach nur so eine Schattenfigur und dann hat der aber so zwei grellweißleuchtende Augen und das war alles, das war mir so suspekt alles. Und ich fand es wirklich ganz, also wirklich, ich fand es ganz, ganz schlimm und ganz beklemmend. Und ich konnte einfach nicht weiterspielen, weil ich, ich wollte einfach nicht rausfinden, auf wie viel, fünf Milliarden Arten werde ich in diesem Spiel sterben oder wird dieser Junge sterben und das war mir einfach alles. Das war mir alles zu viel und deswegen, ähm, ja, hab ich das dann abgebrochen. Also für Platz 1 meiner gruseligsten Momente habe ich lang überlegt, welcher das denn wohl sein wird und ich habe mich entschieden für eine Szene aus Resident Evil 4, ähm, ist jetzt weniger, ähm, eine Szene, die spielerisch oder so Angst verursacht, sondern einfach nur, weil da ein Gegner ist, den ich super ekelhaft finde. Resident Evil 4, man kommt später auf eine Insel, die wirkt so ein bisschen wie das Innere von einer Ölbohrinsel. Enge Gänge, wirkt alles ein bisschen industriell, ähm, da sind, da sind Arbeiter am Werk und irgendwann trifft man da ein Vieh, lustig, sind auch Regeneratoren, Los Regeneradores hießen die, weil da ja alles spanisch ist. Das sind Viecher, total unproportioniert, haben zwei Beine, zwei Arme und einen Kopf, aber sind groß, zittern immer, scheinen wie aus Gummi zu sein und haben ein ekelhaft breites Maul mit rasiermesserscharfen Zehen und tote rote Augen. Und die stehen in diesen Gängen einfach nur und warten auf Beute. Die stehen da, warten und machen so ganz ekelhafte Atemgeräusche so. Entschuldigung, aber so ist es ganz ekelhaft. Und, ähm, auch die sind, ähm, quasi unzerstörbar. Das heißt, wenn man denen irgendwie was wegschießt, dann wächst das wieder nach. Und es gibt Parasiten, äh, in ihren Körpern, die man mit einem Infrarot-Zielsuchgewehr, äh, ausfindig machen kann. Die trifft man dann genau und dann sind die Viecher auch tot. Aber das sind auch so, so fast unüberwindbare Gegner, ähm, wo du genau weißt, okay, wenn ich da jetzt, äh, was verrafft, dann kommt der auf mich zu und rammt seine messerscharfen Zähne in meinen Hals. Ich, ich find die einfach, ähm, von, von der Gestaltung her super widerlich. Ähm, ähm, ey, und später gab's dann noch, äh, schlimmere Versionen mit Stacheln. Äh, also die Regeneradores aus Resident Evil 4 sind, äh, mein absolut ekelhaftester Moment. Echt. So, und jetzt bin ich überraschend, ey, ihr habt's euch wahrscheinlich schon denken können, es muss jetzt was mit Silent Hill kommen. Ihr wisst, ich bin mega Silent Hill Nerd. Ähm, auch hier hab ich überlegt, nehm ich was aus Silent Hill 2 oder aus Teil 1? Ich muss sagen, für mich steht Teil 2 mehr so für Melancholie und, ähm, Schrecken in Trauer, aber nicht unbedingt wirklich für haarsträubenden Horror, äh, oder Grusel. Deswegen nenne ich jetzt natürlich gerne und mit Freude Silent Hill 1. Ich hab mal beim ähnlichen Video, ähm, hab ich gesagt, dass für mich der schlimmste Moment in Silent Hill 1 die Schule war, als sich die Schule verändert hat, in ihr, äh, böses Aussehen gewechselt hat. Ich muss aber sagen, das stimmt nicht so ganz, denn ehrlich gesagt waren noch schlimmer, ähm, waren immer die Momente, wenn man sich aus einem Gebäude, wie zum Beispiel der bösen Schule, wieder auf die Straße begeben hat. Also das war eigentlich, wenn ich, wenn ich mal so ganz tief in mich reinhorche, ist das, was für mich den absolut größten Schrecken bei Silent Hill ausmacht, im dunklen, veränderten, verwandelten Silent Hill, ähm, da sich frei durch die Straßen zu bewegen. Also jedes Mal, wenn man zum Beispiel sich durch die Schule kämpft oder durch das Krankenhaus oder die ganzen Ortschaften, äh, während man drin ist, denkt man sich, oh Gott, ich möchte hier nur raus, ich möchte hier nur raus. Aber wenn du draußen bist, dann denkst du, oh Gott, kann ich bitte wieder rein, hier habe ich wenigstens eine Decke über dem Kopf und vier Wände und ich kann mich irgendwie zurückziehen. Man, man rennt völlig panisch, völlig kopflos, rennt man über so Gitter um einen rum, ist nur Rost, es sind Ketten, der Soundtrack ist ein atonales Gestampfe, wie die einstürzenden Neubauten zu ihren schönsten Zeiten. Man, man kann auch hier keine drei Meter gucken, von, von links und rechts, von, äh, allen Seiten wird man von Monstern angegriffen, die man kaum sehen kann. Man rennt irgendwie, wirklich, man ist wie so ein, wie so ein, äh, gehetztes Tier. Man, man möchte eigentlich nur die Augen schließen und nur rennen, 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 irgendwo ankommen. Aber ich möchte, ich möchte raus aus dieser Dunkelheit, ich möchte weg von der Straße, ich möchte wieder in die Sicherheit, in die vermeintliche Sicherheit eines festen Gebäudes mit einer Decke und vier Wänden. Ähm, und, also wirklich, das, das waren für mich die allerschlimmsten Momente. Dieses Rennen durch die Dunkelheit, du wusstest nicht, wo du hin musst, ob du das irgendwie überlebst. Du wolltest nur, nur von dieser verdammten Straße weg und irgendwie wieder so in einen Rückzugspunkt. Ähm, ja, und deswegen kann ich wirklich sagen, Silent Hill, für mich immer noch der absolute Champion, was Angstmomente ins Spiel angeht. Hat danach keiner mehr erreicht und deswegen ist Silent Hill für mich immer hier drin, in meinem Herzen.